Guten Morgen! Morgen! Mal schauen wie dein Kindergarten kommt! So muss das sein! Kann ja auch wehen! Kann ja wehen! So machen wir das gerne hier! Super! Perfekt! Und wenn man was zunimmt, dann hast du ja an die Hände gewaschen! Aber wach hier! Oh ja, das war auch gut! Oh, das ist das kalte Dampf! Ich mache meine Heide aus! Ich mache meine Heide aus! Ja, meine Heide aus! Ich mache meine Heide aus! Ich bin ganz schön richtig weiß! Nein! Ich mache mich aus! Und dann ... Nein! Nein! Bitte! Bitte! Da! Ja, genau. Ich muss selber den Glied zurückdrehen. Wie heißt du meine Füße? Zweite Glied. Das ist ja ein Zauberer.